Willkommen beim Kanal für Haushaltsspeicherlösungen. Hier ist Aiden, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist Rabbit Bunny Hatch Käfighaus Meerschweinchen Hatch Verstecken Laufen mit Linolondach 2 Tier. Weißes fettes Häckchen größtes Holzhaus, hergestellt aus Tannenholz, ist es strapazierfähig und robust und bietet ihren Kaninchen Meerschweinchen, Hamstern und so weiter. Ein langlebiges Zuhause. Zwei Stockwerke, in denen ihr Haustier herumlaufen kann. Weißes fettes Häckchen Outdoor Run, umschlossen mit Metallgitterzäunen, um sie sicher im Inneren zu halten, während sie sich im Freien befinden, um beruhigt zu sein. Weißes fettes Häckchen wasserbeständiges Dach, gekippt und mit Asphalt bedeckt, um zu verhindern, dass Wasser in das Haus eindringt und Schäden verursacht. Auch UV-beständig. Weißes fettes Häckchen einfacher Zugriff, mit zwei Türen mit Riegeln und einer ausziehbaren Ablage, mit denen sie ihre Haustiere leicht füttern und den Käfig reinigen können das Haus. Weißes fettes Häckchen Abmessungen L118XW54XH92CM. Montage erforderlich. Hinweis, der Käufer muss die Anzahl der Haustiere bestimmen, die je nach Rasse und Größe in den Stall passen. Im Laufe der Jahre ist Furniture Trends immer stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, deutschen innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Als wir A Place for Everything in Sarikheim.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen, einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über belinda.jendros61.gmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen.